Unsere nächste Startner wird jetzt eine kleine Parodie aufführen von einem, naja, eigentlich das, was so jeder kennt, nämlich ein Tag auf der Con. Und zwar kommen jetzt... Jetzt kommen Ribbit, Itakichan, Kitty, Nüsschen und Nunuki und Li. Als der Kuhn. Dann Icarus, dann Tomoka, Angelroid, Shibuya, Yuri, Wolfram von Bielefeld und Murata Ken aus South Park. Sora no Otoshimono und Kyou Karamao. Ach nee, die schon wieder. Hi, wie geht's dir denn? Dein Cosplay ist ja echt toll geworden. Ja, schön, dass du es auch noch fertig gekriegt hast. Klar doch. Du, sag mal, weißt du, mit der Cosplay-Startseite vielleicht was falsch ist? Ich war ja letzte Woche drauf, aber diese Woche gar nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hat so ein Admin mal wieder Kacke gebaut. Sag mal, sei dir nicht aus diesem einen Anime, die... Ja, komm ich gerade nicht drauf, ja. Ja, Ruki, hast Bleach, ne? Äh, nee. Ja, ja, kannst du Bleach? Ähm, klar, ne? Ja, da wollte ich schon immer mal ein Ichigo kosten, ne? Hast du vielleicht Lust, da Urihime zu machen, weil du passt ja voll drauf, ne? Ach, lass mal. Lieber nicht. Ich mag Bleach, nicht so. Ist mir zu Mainstream. Ja, schade, ne? Ja, schreib mich doch mal an auf Max oder so, so per In-Eis oder so. Weil hier ist mein Nickname. Ja, ich bin nicht mehr so oft auf Animax. Das ist eher ein Kindergarten. Wenn, dann bitte über DeviantArt oder du likest meine Facebook-Fan-Seite. Guck mal, dass es doch da so übelst geniale Fotos macht. Warte mal, hast du nicht vielleicht doch Lust auf voll kleines Privatshooting? Ja, jetzt gleich so höher oder wie hier? Auf der Con? Hast du nen Knall? Ist hier nicht irgendwo so ne Kirche, so wie eine Connichi? Oh ja, guck mal, wer da drüben ist. Ach ne, die schon wieder. Sag mal, hat sie zugenommen? Ich würd das Cos mit der Figur echt nicht tragen. Ah, ja, wegen dem Shooting? Kommt die echt ne Schuluniform an? An dem Con-Haupttag? Wofür Cosplay ich denn, wenn mich dann keiner erkennt? Sind halt die Ösi-Cosplayer. Sind alles so Spasten. Mann, kein Bock auf die jetzt. Hi, boah, lange nicht gesehen. Hey, ihr Voll, wie geht's dann? Ja, ganz okay. Dachte mir, ich zieh heute mal was nicht so aufwendiges an. Hatte mein Evendus Loki Female ja schon an der Connichi an. Da dachte ich, ich halt's an Animako einfach. Ja, ja, das Cos-Team ist ja voll Bombe geworden, nicht? Ah, ihr seid doch von Sodano Otoshimono, oder? Voll cool. Ja, die Flüge sind ja voll heufelig. Wie hausten die Gmau? Ja, hallo, fasst mein Cosplay nicht an, bitte, ja? Ja, wir wollten grad Fotos machen gehen. Ja, habt's Lust, mitzukommen? Ach, bitte nicht. Man, sprich doch Deutsch. Wir sind hier in Berlin, ja? Ja, also wegen dem Shooting jetzt. Ja, machen wir doch, oder? Ja, aber, aber so ohne seine Freundin. Ach, die? Lass mal, das ist schon okay. Du würdest dich doch nur stören. Außerdem sieht ihr Cosplay doch kacke aus. Hast du ihre Cellulite gesehen? Äh, Cellul, hä? Du shoppest doch meine Augenringe weg, oder? Shoppen? Ja, so wie einkaufen, ne? Kennst du keinen Photoshop? Nee, ich mach so mit Paint die roten Augen immer weg und so. Blöde, blöde Kuhmann, ey. Oh, hey, 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 kenn, bist du nicht die eine, war, ach, komm ich jetzt nicht ruf. Ah, Rukia aus Bleach!